hallo ich bin natürlich nicht paula aber trotzdem habe ich meinen ersten halbmarathon beendet die frage ist natürlich jetzt in welcher zeit ich habe eine bestimmte zeit trainiert habe mal gesehen ob das so funktioniert hat erzähle ich gleich allerdings ich würde es spannend machen und deswegen drehe ich die zeit ein bisschen zurück okay vielleicht nicht ganz soweit so guten morgen heute ist sonntag der 26 mai das heißt in ungefähr drei stunden geht der halbmarathon los bin ein wenig aufgeregt muss ich sagen aber ich bin trotzdem gut vorbereitet behaupte ich mal ich habe mir gerade schon mal frisch vorbereitet und zwar brötchen mit erdnuss butter und banane irgendwie so ein klassisches frühstück was viele irgendwie vom laufen essen und da will ich kurz mal zeigen was ich mitnehmen außer den klamotten und so weiter auch wenn das wahrscheinlich sehr uninteressant ist ich mache es aber einfach weil irgendwie machen das alle selbst paula mein shirt die hose taschentüger für den fall der fälle text energien ziehe ich mir in der hallo rein kopfhörer alterung für die kopfhörer damit die mir nicht rausfallen das werde ich glaube ich vorher noch mal essen paar gummibären für zwischendurch beim laufen soll die speicher wieder auffüllen und das für danach eine ganze tüte chips darauf freue ich mich schon erinnert mich an alte zeiten da gab es öfter mal eine tüte chips heute mit den brooks letzten mal habe ich die hokas angehalten warum auch immer aber mit denen komme ich am besten klar mit den lauf ich am liebsten ich habe die gestern extra geputzt so richtig schön mit glasreiniger natürlich weil alles geht mit glasreiniger sauber ich würde sagen ich bin bereit also ich esse jetzt den ganzen quatsch dann mache ich mir nochmal schick dann geht es auch noch rausdruck bis gleich so grüße aus jetzt wird erstmal geparkt bezahlt ist ganz schön teuer hier 1 50 für eine stunde naja jetzt wird noch mal kurz irgendwo was getrunken gucken wir mal wo mein kollege ist mit den startunterlagen kollege kumpel freund noch ist alles ruhig und hier werde ich dann so lang flitzen so ich würde fast behaupten dass ich mir schon mal warm gelaufen habe stimmt nur halb ich würde sagen ich bin trotzdem bereit 17 minuten noch zehn minuten noch hier richtig ich zertiere mich mal ein bisschen weiter hinten ein also die schnellläufer sind vorne und zu denen gehöre ich nicht das war der startschutz ganz offensichtlich ich will das noch nicht weiter in die länge ziehen ich bin selber schon total gespannt hier ist meine zeit von meinem allerersten halbmarathon eine stunde 59 das heißt eine minute schneller als ich eigentlich laufen wollte laufen wollte also für eine minute schnell als mein ziel war was ich sagen bin zufrieden ich habe es geschafft es war allerdings auch nur möglich weil der liebe christian mich so zwei drei meter vorm ziel noch mal abgeholt hat nachdem er im ziel war und dann ist er noch ein bisschen mitgelaufen und hat mir noch gefilmt nebenbei aber er ist jung und dynamisch der kann laufen und filmen nachdem ein rennen beendet hat noch mal vielen dank dafür und gratulation hier öffentlich vor allem fünf millionen zuschauern zu deinem neuen persönlichen rekord für einen halbmarathon eine stunde 43 also ich bin stolz auf dich vielleicht schaff ich das auch mal irgendwann naja mal sehen das dazu ich mach mal eine kleine laufpause in den nächsten tage und konzentriere mich irgendwie so auf staubsaugen abwaschen irgendwelche dinge die ich vernachlässigt habe obwohl ich habe mich am selben abend noch direkt gleich für den schweden auf angemeldet der august stattfindet das sind zehn kilometer und der schweden lauf letztes jahr war mein allererster lauf also mein erster wettbewerb quasi von daher ist das schon so ein bisschen was besonderes und ich freue mich sehr drauf dann kommt im oktober noch der city marathon in lübeck da bin ich auch wieder mit zehn kilometer dabei und ein zwei andere läufe mit zehn kilometer mache ich dann auch noch mal in diesem jahr weil macht spaß hat maraton keine ahnung marathon ich weiß es nicht da gibt es dieses eine video das muss noch öfter gesehen werden bevor ich mich daran melde noch irgendwas das war es heute erstmal von der laufkarriere für dieses jahr erst mal für dieses erste halbjahr neue videos kommen demnächst irgendwann zu irgendeinem neuen thema ich weiß noch nicht mit dem auto gibt es ein paar probleme aktuell dazu gibt es dann demnächst mal ein eigenes video und das soll es auch schon gewesen sein das war mein schlusswort für heute für das wochenende danke fürs zusehen danke für das daumen drücken was ja hoffentlich viele gemacht haben und man sieht sich bestimmt demnächst hier wieder oder irgendwo anders vielen dank guten abend gute nacht schönen tag was auch immer da gerade von der hohe seite ist heute was für ein tag wir sehen uns demnächst peace out